Guck mal, es ist Samstag, es ist Wochenende. Und das Einzige, was ich wissen will, ist, wer zieht hier mit uns durch? Wer zieht durch? Und der Timer geht jetzt auch an. Aus der Hölle, Digga. Erster Runde Win oder ewiger Zweiter? Wir sind hier oben, wir sind hier oben, wir sind hier oben. Ich kann halt eine Silberin geben. Warte, kann ich nicht runterimpulsen? Und das ist Team Musk! Wuuu, Baby, we done it! Oh, ja! Direkt hier, ready, up, rein, rein. Digga, was ist denn mit dir? Er ist down. One shot, one shot, one shot. Ja, ihr nutt. Richtig, unrichtig. Richtig, richtig. Ah, ah, nein, nicht so. Meine Fresse! Oh, oh. Recht mich nicht. Recht mich nicht. Recht mich nicht. Recht mich nicht. Finde ich mehr! Hold this. Hey, die, Digga. Hard carry. Let me be your hero, baby! Ich hab mich auch eben bei der Instagram-Story von Carsten befisst. Er hat dann einfach so ein Bild gepostet. Und man sieht halt einfach seinen Eierschädel und diese große Nase. Ich hab mich wirklich so gefreut. Es ist so geil. Ich hab's so geliebt. Ich liebe Carsten so sehr. Wo ich komplett abgekratzt und wo ich nicht mehr konnte. Ich hab's so geliebt, als ihr mal dir warnt mit dem Eis. Also da war wirklich Schluss bei mir. Da war Alarmstufe hoch bei mir. Einmal machst du ein Brech mal wieder reinmachen, das Bild in die Gruppe. Ja. Ich bin da wenigstens damit rechnen. Ist Dorian oder so da? Kannst du mir dieses eine Bild schicken, was du auch einmal benutzt hattest mit diesem Bernhard? Ich will da einmal die Mario Kart Gruppe, das Profilbild ändern für Carsten. Micky, darf ich die auf die Glatze spritzen? Ruhig, ruhig. Die sind doch neu. Ich hab zwölf Kills. Ihr werdet den Tag nie vergessen, an dem ihr fast Käpt'n Mastjaga und sein Papagei geschnappt habt. Ey, kannst du mal bitte nochmal gleich die Nachricht vorlesen aus der Gruppe? Ich habe gestern einen Text zusammengefasst für die Qualifikation von Willi. Habe ich mir richtig Mühe gegeben. Also Willi ist offizielles Mitglied, weil er gestern seine Challenge bestanden hat. Daraufhin habe ich als Käpt'n einen Text zusammengefasst. In die Gruppe geschrieben. Liebe Brecher und Schüler, liebe Freunde. Ich bin Michael Kevin Christian, erster seines Namens und Gründer dieses Tribunals. Und habe heute die Ehre, euch begrüßen zu dürfen. Heute beginnt ein neuer, wichtiger Lebensabschnitt. Ihr legt heute die Grundbausteine für eure Zukunft. Es erwartet euch eine neue Umgebung, ein neues Loch und vor allem viele neue unbekannte Gesichter. Vermutlich ist es ein komisches, fast angsteinflößendes Gefühl, hier zu sitzen und auf die Anweisung eures Kapitäns zu warten. Aber keine Sorge, ihr seid nicht alleine. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich selbst angefangen habe, diesen Stein ins Rollen zu bringen und von Nervosität kaum atmen konnte. Gefühlt wartete ich eine halbe Ewigkeit, bis ich endlich die Weisheit des Brechens erlangte. Von diesem Zeitpunkt an beginnt ein unbekanntes Kapitel, welches mit zahlreichen Erfahrungen und vielen Brüchen verbunden ist. Kaum zu glauben, aber Willi, ich heiße dich herzlich willkommen in der Gilde des Brechens. Dein Zertifikat wird in diesem Moment gedruckt und mit Siegel verifiziert. Niemand war je wendiger Mick fucking Jagger. Nein, ich habe mich gerade aufrecht hingesetzt, Bro. Schnell raus rein. Ich bin nicht in der Sonne. Nein. 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 Ich finde das so frech, dass Medi sich erdreistet, ein Kreis-X-Emote zu machen. Mega, Medi, du kannst deine Fresse halten. Du machst die normale Challenge. Drei Games, sechs Wins, brauchst du einen 24-Stunden-Stream. Hängst du um 8 Uhr morgens wie ein Schluck Wasser. Was sehe ich hier? Was sehen meine Augen? Was sehe ich hier? Rachen, 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 Rachen. Rachen, 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 Rachen. Kreis-X, Kreis-X. Ich habe es im Chat gelesen und einfach gedrückt. Wir brauchen Kreis-X. Oh, Digger. Und der Sie... Oh, Digger. Ja, Digger. Ja, Digger. Und jetzt einfach mal geradeaus. Die ganze Zeit geradeaus. Geradeaus, 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 geradeaus. Ja. Gut. Geradeaus. Geradeaus. Gut. Nochmal geradeaus. Nochmal geradeaus. Geradeaus. Ich habe es dir gesagt. Geradeaus. Was? Links, links. Nein, warum sind die denn schon durch? Oh, die sind schon durch. Das war's. Das ist sauber. Du warst ein Buch. Ja. Du warst ein Buch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Digger. Ich bin raus. Sag es nicht, Chat. Sag es nicht. Ja. Ey, wie ganz weiter ist das? Das war die Gier. Das war die Gier. Und dass ich halt da ein bisschen in der Luft stuck geblieben bin. Also keine Ahnung. Das war die Gier. Die Schuze ist leer. Ja. Und das Spiel, das Einzige, also es ist. Sag, dass es dir leid tut mit dem Trampolin. Ich hätte keine Spitze geholt. Ich habe es eben gesagt. Jetzt, nein, jetzt entschuldigst du dich. Ich habe mich eben schon entschuldigt mehrmals. Hast du? Ja, jetzt entschuldigst du dich, Micky. Ich habe gesagt, ich habe die Hand. Und ich habe die Hand. Was ist mit Amar? Was ist mit Amar? Was ist mit Amar? Ist Amar raus? Ist Amar raus? Was für Fnashi? Digga, ja. Ja. Das ist mit Amar. Ja. 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 Komm mal vorbei. Komm mal vorbei. Die Mario kann kommen, was Carsten schreibt. Ich mach das Bild hier rein als Profilbild und Carsten schreibt da drauf Huren, so ein Bild in der Gruppe schon wieder, was soll die Scheiße? Weißt du, um halb drei um morgens sendere ich das Profilbild und triggere ihn. Ich bin ein verdammter Wow, das um die Uhr ist ein Trimmer hoch Ohne Umwege in den Trimmer hoch Nie wieder Rainer Also ich bin Dogshit Nie wieder Rainer Ein Zuschauer schreibt bei mir drei Stunden später und da ist nur ein Folge es wird mehr Dünnes Eis, mein Freund ich sag's dir so wie es ist und das als nonstop Dünnes Eis Noch eine Runde dann können die aufgeben Where should I wall? Main or behind? You can wall main before I die Yes, I go away I go away Thank you Thank you, Mati Boah Boah Du bist mit dir Ja Ja GG Aber ich bin nicht Oh Gott Oh Gott Kade F*** 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 Ziel tot F*** 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 Kämpft lieber wieder gegen Bots Reilo durch Crocket League Und dann ein Try PUBG ein Try ein Try Ein Try Ein Try Ein Try F*** F*** Okay F*** F*** Waaah Warum brauchen wir so lange für diese Scheiß-Swiper Alter F*** F*** oh Okay, guys, hey listen me I know it's Very early hour, but we win this just concentrate one more hour and the winners hours, okay sage sage Concentrate and also a reina Guys you need to concentrate trust me Niemals Ich war auf dem kopf ich war auf seinem schädel Ja, chill guys chill Sage heal, heal, sage Reina, oh, ich war auf dem sage Oh, ich war auf dem sage Chill, chill sage, äh, reina Chill, perfekt, perfekt Wait, wait for Ama Don't peek, don't peek Ah, 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 ah Ah, ah, ah Es ist alles, es ist komm Wie alles, aber sie macht's Aber sie macht's Du bist nichts Reina, weina, weina Weg mit dir Let's end auf den fucking Aldi Digga, oder Erledigt Garnzug Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Oh, oh, oh Und die schweren Games hab ich noch nicht durch Boah, es wird mich so f*** mit Daddy Es wird mich so f*** Oh Gott Das hab ich getan In drei Tagen sitz ich hier ohne Augenbrauen Ich bin so ein Pass Warte auf PUBG Ich bin so lustig Wenn wir beide eigentlich die Anführer sind Und wir sind an zwei Stunden Und wir haben noch ein Wins Nach zwölf Stunden Wir sind die Anführer Hallo Leute, guten Morgen Wir haben die Mikrofone Hallo 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 Wow good morning guys good morning good morning good morning good morning Euer und jetzt ist Nein. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Nein, besser. Klapp. Och, Dicker. Daniel! Fahr doch! Wieso bleibst du stehen? Reiß. Alter, was? Nice, gutes Ding. Schöne Sache. Richtig. Hey! Digga, nee, das war mein Ding. Das da mal, wie sofort, wie sofort, wie sofort. Nein! Im World's Case geh ich so rein und mach den, wenn ich in mein Botloch ist. Und dann wird das Ding da durchgestrichen. Oben auf dem Berg sind welche? Und unten sind auch welche. Kannst du dich bitte in den Jukern irgendwo setzen, bitte? Ja, Bro, aber da musst du auch aufhören zu reden, wenn ich im Gunfight bin! Ah! 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 Wow! Wow! So zerscheppert. Da ist hier im Gunfight immer Dauer, dieses Warten, das bricht mich. Was? Was? Einer da vorne! Ah! Oh, fuck! Du wie du! Du wie du! Du wie du! Nein! Sag es nicht! Sag es nicht! Sag es nicht! Du musst den Airstrike! Die sind da! Die sind da! Du brauchst den Airstrike! Mach ihn! Mach schön voll, mach Airstrike! Hiel dich! Hiel dich! Hiel dich! Hiel dich! Vor mir! Vor mir! Vor mir! Auf dem Nordosten! Wir haben die Zone! Wir können ruhig machen! Er ist da! Einer ist da! Am Haus! An der Häuserkante! Ich geh mir ein bisschen über links! Oh! Du musst mich retten! Der Tragelskugel! Es war ein Trophy drauf! Es war ein Trophy drauf! Er schießt mit der Streller auf das Fahrzeug! und steht da im fluss ich kann nicht mehr ich werde mir jetzt eine clowns nase kaufen habe ich gerade beschlossen ich werde mir jetzt eine clowns nase kaufen wie solche sachen zukünftig wie respektlos du jetzt die nase aufsetzt du hast eine nase zuhause natürlich habe ich eine die natta schlägt zu bitte zuhne ein bisschen glück wo sind denn die anderen wo sind denn die anderen wo sind denn die anderen wieso feiten die denn nicht die waren beide in one shot die waren über den ist der sauer egal einer vorne beim haus schild crack ja ja hat schotz weit 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 der ist richtig weit der ist richtig weit die flagge ist doch free wir können das doch holen ich mich aufrege dass doch die flagge machen wozu die lupe was willst du holen da ist ein gegner hol mich rett mich trau mich nicht wo ist der gegner hol mich wo ist denn der gegner hier neben mir da ist eine Schweizer si Einer One-Shotten Einer One-Shotten Einer noch, Einer kommt links Hab ihn Ich bin ehrlich zu euch, lauft vor mir, dann schießen die auf euch und ich töte die Jungs Ich bin die Drohne, ich bin es Jungs, ich bin es Das ist mein Zweck die Runde Mein Purpose die Runde Ich bin die Drohne Jungs, bleibt hinter mir Jetzt noch zwei Zwei noch Ich hab euch gesagt, es wird ist Sechs und reißen Sechs und reißen halt doch man Back to back Nanny Back to back Es ist die Dose Es ist die Dose Es ist die Dose Es ist die Dose Die Dose ist back Die Dose ist back Wir gewinnen die Runde und schreiben dir sieben hin Nein Ich hab euch alle gefegt Ich hab euch alle gefegt Digga Mas, du hast so den Moment kaputt gemacht Bro Ich hab euch alle gefegt Digga Du hast so den Moment kaputt gemacht Du hältst deine Schnauze voll Nein, du weißt nicht was ich vorhatte Ich wollte stehen bleiben Ich wollte stehen bleiben, dich angucken und dann runterspringen und dir den Sieg schenken Ich schwöre auf alles Ich schwöre auf unsere Freundschaft Digga Diese Dose Es ist unfassbar Ich hab euch verzaubert Ich hab euch verzaubert Du bist eine gute Dose Bitte Danny, bitte Zehn Wind Das spawn ich für die Kluft Ach du Scheiße Da bin ich drin Wie in Mickys rothaariger Mom Um 4 Uhr morgens kommt nur Rotlux im Discord Carsten, wenn der manchmal 1-8 geht auf Toplane und ich ihn frage am Ende hast du alles gegeben Ja, hat er Ja, das war's Holy Shit Cardin verloren, Digga Wir haben's so gethrobert, Mann Wir haben's einfach so unclean runtergespielt GG GG reinschreiben GG, Alter Ich holen los Und da steht D1 bei League Der sieht irgendwie wunderbar aus, aber irgendwie auch nicht Weißt du auch was? Mickie hat noch nicht Kayle gespielt Inted rein und er war erbost darüber dass Kayle dass seine Kayle im Lake-Game Schaden macht Er wollte es nicht Er wollte nicht, dass sie Schaden macht Er konnte es nicht, weil Kayle war Ja Das ist frech Ja Das ist over Wenn ich noch einmal den verlorenen Screen sehe, schlage ich was kaputt So, nicht aufgeben Fick dich! Fick dich! 36 Stunden Bro Und der Defeat Screen Und wieder rein Schnell, schnell, schnell Wollen wir schlafen gehen, Mickie? Wollen wir schlafen gehen? Also normal 6 bis 8 Stunden schlafen Ja Und ich nehme heute mal das Maximum Ich sehe mich heute in den 8 Stunden Warum bist du so erschöpft von Subs vorlesen oder? Ich kann das auch nicht mehr mit dem Mann Ich kann das auch nicht mehr Ich würde mir noch einen Booster reinknallen Einen halben Ich würde mir auch noch einen Zauber so reinknallen Bis ich schiele Bis ich gar nichts mehr erkenne auf der LoL Map Meinst du, heute ist ausgeschlossen, dass wir es schaffen, Mickie? Ja 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 Also ich wäre Wenn wir das Game jetzt hier Wir durch ein Wunder gewinnen sollten, irgendwie Wir werden das gewinnen Wir werden das verlieren Und dann gehen wir schlafen Und dann haben wir Wir werden das verlieren Und dann gehen wir schlafen Und wachen auf Und ich sage zu dir Danny, lass uns liegt schreien Mickie, später wäre der Cleaner 1 Der Cleaner 1 7, gell? Hallo? Endet das Game Ich bin jetzt nicht mehr Endet das Game Ich kann das nicht mehr Für heute ist das Heute ist das Bruchmaß voll Wir haben es ausgereiht Heute für mich 17 Stunden in den Arsch gefällt Wer reicht mir echt? Rauf, rauf, rauf 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 Rauf, Jungs Rauf Rauf da Alpha in der Seite Ich bin Alpha Ich bin Alpha Danny, gute Nacht Gute Nacht Fäger, der sind 6 Leute 102, 135 Du Bastard Du Bastard es ist wirklich so wenn wir dieses game irgendwie abhaken können dann ist das ding er ist unter dir kassi stopp stopp ein nasi zwei nasi drei nasi ein rachen rachen zwei rachen rachen drei rachen weil die ist versteckt du verstehst doch jetzt das spiel wenn die wenn die kommen wenn die kommen ja dann wird auch das andere team kommen er ist hinter der säule immer noch es geht voran es geht voran ist es so schön gerade ein schönes gefühl hilfe ist das eine befreiung das haben wir so verdient so ein jens wieder ich bin so stolz ich bin so eine stolze zu der stolze dose bin ich gerade ich bin so eine verdammt stolze dose und damit so haken wir ein weiteres game auf der liste ab schade ein schicken Der ist los, 28. ich hab diese abgelenkt, ich hab diese abgelenkt, ich hab diese abgelenkt win oder bruch nee, das wär schon ein schöner bruch jetzt noch so spät und mein bruch abholt ist alles nee, push dich, push dich, push dich von 7-2 aufgeholt ähm, ist er? so ein Macher hello guys, hello guys hello guys good afternoon i think we will win this round guys help, 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 help the sage heal, heal me heal me sage heal viper, heal heal her heal die letzte corner, die ich nicht checke es ist immer die letzte hey, ich bin doch drauf man, hallo guys when i look at the kills it's like i have 12 and you have 3 or 4, can you please kill something please just very good sage guys, how in the world is it possible that they kill me in the window are you protecting the floor? are you looking down on the floor and protecting that maybe the rainer come come from the ground from the underground hey, 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 hey kennst du Micky? ja wieso wieso in einer runde? Wenn du spielen sitzt, spielen wir ohhhhhh hahhhhh hahhhhh hahhh hahhhhh play hahhhhh hahhhhh hahhh hahhhhh hahhhhh er hätte er die nicht verkaufen können Er stinkt an deinen Miss... Du bist missgünstig, du bist missgünstig und es wird irgendwann dazu führen, dass du im Leben hinfällst und ich werde rauftreten, merkt ihr das? Gebt mir meine Verdauung und Papiere, du Mastau und Danny, ich schwör's dir, ich werde da stehen und sitzen und liegen, such sie aus und wir suchen, wie ihr eure Challenge nicht schafft, weil ihr scheiße seid. Ihr habt euch heute vor 80.000 Live-Zuschauern bei mir blamiert. 80.000! Merkt euch das, merkt euch das, ihr seid in Unterzahl. Amar, Rohat, Willi und ich sind in Überzahl. Macht euch mal Gedanken. Husch, husch, gerade an! Du bist erledigt! Let's go! Das war wichtig! Geh über die Außen. Geh geradeaus. Geh geradeaus. Geh geradeaus. Geradeaus. Was? Ewiger Zweiter? Ist das der ewige Zweite? Das ist der ewige Zweite für die Dose. Die Dose. Oh, das war sehr stark. Eins gegen eins. Oh, 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 oh. Er hat's. Er hat's. Er hat es. Ich... Du bist eine gute Dose. Karl, du Zweiter des Klams! Luft, meine Unbefleckten! Freut euch! Ja! Bring the Red Panties! Zwei Siege noch, Danny, dann ist dieser Stream vorbei. Vier Rachen-Drachen, drei Rachen-Drachen, ein Rachen-Drachen. 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 Vier Rachen-Drachen, drei Rachen-Drachen, zwei Rachen-Drachen. Vier Rachen-Drachen, drei Rachen-Drachen, zwei Rachen-Drachen. Vier Rachen-Drachen, drei Rachen-Drachen, zwei Rachen-Drachen. Ich mag es gar nicht auszusprechen, aber das wird der letzte Win sein, dann ist die Challenge fertig. Das war Gear 4 Mast.